so schön der schicke unterhose hier aber ich bin ja beruhigt dass alle so aussehen so herr omega tonn ich bin jetzt ein richtiger jäger habe einen neuen rang bekommen einen neuen rang ja ich bin ja ich bin jetzt wirklich ein richtiger jäger so da bist du ich war ein bisschen besorgt über dich ich habe schon gedacht dass du von den vier gegessen wurde nein ich wurde nicht gegessen nach dass es sehr schön mein sohn gut dich hier wieder zu sehen ich glaube dass du ein bisschen kräftiger geworden bist du hast jetzt noch zu lernen wie man bergbau macht und handwerk und du wirst dann so gut sein wie wir dich machen können als kolonist nun hast du ein bisschen respekt gewonnen ein bisschen ansehen gewonnen und mach was aus dir auf dieser welt ja danke für die hilfe mein lieber herr jägermeister so jetzt müssen wir erst mal natürlich sehen wo diese anderen leute sind wir sind jetzt hier unten im flur 1 gibt es hier keine treppe nach oben doch da ist aber kaputt na ach so wir haben ja hier den ja unseren schönen lift unseren televator gehen wir mal in stufe zu in etage 2 wir werden ein bisschen schwummrig so da sind wir in stufe 2 ist der teleporter nach kalypso den wollen wir aber noch nicht benutzen wir müssen ja erst noch mal ein bisschen was lernen mehr so schauen wir mal hier herum was haben wir denn hier für feine sachen wir sind wir im floor 2 und hier ist der genesis star vertreter genesis star interstellar okay und hier ist die frau von der firma chikara nun chikara und genesis star sind genauso wie omega ton firmen hier die auf kalypso ihr unwesen treiben hätte ich beinahe gesagt was ist das noch für einer eugene wino der scheint autos herzustellen oder ein dünner scherz war das okay dann werden wir erst mal hier mit der dame von chikara uns unterhalten so mein herr bist du hier für ein trainingskurses was für ein trainingskurses hast du da noch nichts von gehört ich bin von chikara omnicorp und ich werde ein bisschen dich unterrichten wie man handwerk macht das ist eine wichtige aktivität hier in der grenze ist natürlich ein bisschen kompliziert und das ist weswegen wir dir eine kleine einen kleinen kursus geben hier nun alles was ich von dir brauche ist dass du zu dem ich muss erstmal eine einladung bekommen von dem offiziellen typen da und wahrscheinlich wenn ich diesen herrn frage genesis star was machst du was kannst du für mich tun ja ich bin von genesis star und ich glaube ich konnte dir ein bisschen was über das bergbau erzählen okay kannst du mich darin unterrichten hast du irgendein formblatt hier dass du da überhaupt berechtigt bist was ja ein formblatt sonst kannst du du kannst hier nicht bergbaum machen ohne ohne dass du dazu berechtigt bist also das gibt anarchie und das wollen wir doch nicht ja und wo kriege ich die geht zum zentralen informationsschalter na gut okay da müssen wir also auf jeden fall hin das ist hier vielleicht ein beamtenapparat mein lieber hier steht noch so ein idiot teleporter operator okay den brauchen wir wahrscheinlich später wenn wir hier unten sind die offiziellen ja das ist manufacturing das ist hunting ja gejagt haben wir schon diese hatten ausrufezeichen nehmen wir den doch mal zuerst guten morgen wie kann ich dir helfen ja wie wärs mit bergbau ja hast du deine einwanderungspapiere okay und hier kriegst du die erlaubnis bergbau zu betreiben hier unterschreiben und da und da dankeschön und hier ist noch was müssen noch was haben was soll ich denn damit tun habe ich dir das nicht gesagt okay dann gehe hier zu dem typen von genesis da geht zu ihm gibt ihm das formblatt und er würde dann bergbau beibringen es auf der rückseite ja da waren wir ja gerade okay da können wir also auch hingehen es ist kein problem